Manchmal gibt es große Projekte, das kann man sich von außen schwer vorstellen. Da gibt es Videodrehs, da zahle ich 10.000 Euro, um ein Video umzusetzen. Wahnsinn. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Jus GmbH, der Kollisionsspezialist. Und heute haben wir Jonah Plank, hier, den YouTuber Jonah Plank. Und da interessieren mich zum Beispiel, wieso Tesla? Und er baut gerade das Setup auf. Moin. Moin. Na, geht's dir gut? Das geht uns gut. Dir auch? Mega. Mega. Wir fuhren hier vor zwei schönen Fesseln, besonders mit der neuen Halle. Mensch, das sieht so nice aus. Das ist cool, ne? Das wird unsere neue Auslieferungshalle, genau. Wenn das hier richtig voll wird und du auch noch die Gedanken, die wir gerade schon verraten hast, was noch so an die Wände kommt und so. Hast du Setup schon fertig? Der erste Ball. Na, dann machen wir das mal weiter und gleich sehen wir uns nach dem Intro wieder. So, Moin. Moin. Schön, dass du da bist. Ich war's mir mal gemütlich. Hier ist sie einmal Moin Moin und so. Das kennst du wahrscheinlich noch. Wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt oder etwas über drei Jahren kennengelernt und jetzt seid ihr wieder hier und das finde ich total super. Deswegen herzlich willkommen bei der Firma Jürs GmbH. Schön, dass ich da sein darf. Ja, für die Zuschauer, die es nicht wissen, der Yannick, der mein damaliger Social Media Manager, hat die Idee gehabt, lass uns mal ein geiles Intro Video, äh, Intro sei ich schon, Tessa Video, Image Film, also ein ganz kurzes Image Film. Wie lang war der? Ich glaube so zwei Minuten, anderthalb Minuten. Der war ziemlich knackig. Ja, kurz, knackig, aber total emotional mega gut gemacht und ja, und dann hat er gesagt, der Jonah Plank, der ist derjenige, der das machen soll und ja, zack, warst du anderthalb Monate später hier in Lübeck und wir haben zusammen gedreht. Genau, wir hatten da so einen kleinen Image Film für eure Werkstatt hier, beziehungsweise für den ganzen Hof gedreht und das war auch der Einstieg für mich in die Tesla-Welt, also die richtige, also Tesla kannte ich schon, aber so, dass ich mir vorstellen konnte, über Tesla auch Videos zu machen tatsächlich. Cool, da bin ich schon ein bisschen. Deswegen freue ich mich auch so doll, dass wir hier sind und dass wir wieder zueinander getroffen haben, weil jetzt schließt sich der Kreis. Ja, schön, das finde ich super. Genau, und da wir jetzt an deinem Auto bei sind und auch an dem von Felix, habe ich mir gedacht, cool wäre ja auch mal einfach ein Video zu machen. Zum einen bist du ja schon in YouTube, sag ich mal, aktiv gewesen über Technik und all sowas und jetzt drehst du auch viel über Tesla, auch wegen Technik und wegen Innovation und überhaupt, weil es einfach cool ist. Aber was mich mal interessiert, A, wie bist du zu YouTube gekommen und wie kam die Change sozusagen zum Tesla dann nachher? Sehr interessante Frage. Zu YouTube bin ich tatsächlich gekommen. Total, total anderer Bereich. Das wissen auch wirklich richtig wenige. Ich habe früher so ganz klassische Faktenvideos gemacht, zum Beispiel damals schon über Themen, die mich beschäftigt haben. Da war ich noch ein kleiner Junge, da war ich 14 Jahre alt oder 15 Jahre und da habe ich Videos schon darüber gemacht, wie Fakten über das Universum, Fakten über Bienensterben damals, weil mich das schon so beschäftigt hat. Und dann bin ich zum Filmmaking so ein bisschen gekommen, weil mich das interessiert hat, wie stellt man eine Kamera besser ein. Ich habe dann mit dem Greenscreen angefangen hinter mir, den aufzubauen, habe das dann ausgekeyt und habe dann da verschiedenste Hintergründe hintergepackt, ob es im YouTube-Zeichen aussieht, als wäre ich in so einem YouTube-Studio oder sonst sowas. Und dann bin ich dazu gekommen, weil mich die Technik dahinter so interessiert hat, über das Filme machen bzw. YouTube-Videos drehen, YouTube-Videos zu machen. Okay. Und dann hat mich immer mehr die Technik interessiert und dann natürlich, man braucht eine Kamera, was ist die beste Kamera im Einsteigerbereich, was ist die beste Kamera im professionellen Bereich, so habe ich dann, oder die Videos habe ich dann darüber gemacht. Dann habe ich Felix kennengelernt und Felix meinte, open your mind, öffne deinen Horizont, mach über alles, was dich interessiert, Videos. Ich habe alles gesagt, getan und jetzt bin ich irgendwie zu Tesla gekommen, weil es mich so emotional gepackt hat, als wir vor anderthalb Jahren zum Nord Cup gefahren sind mit einem Deezer SUV und einem Tesla Model 3 bzw. es versucht haben, dass ich da entschlossen habe, ich tue alles, was irgendwie funktionieren könnte, um einen Model 3 zu ermöglichen. Und jetzt bin ich hier und freue mich wie ein kleines Kind. Ja, das finde ich super, klasse Story. Dass ich auch so ein bisschen mit der Einstieg war, finde ich natürlich toll. Du hast dir denn das Model 3 gekauft und hast gedacht, okay, ich mache auch darüber Videos. Gestern im Gespräch hat sich rauskristallisiert und das fand ich mich richtig gut, was du da gesagt hast. Das ist bei uns nämlich genauso. Du hast gesagt, klar, du lebst von YouTube, das heißt, du hast Werbepartner. Im Gegenzug suchst du dir aber genau aus, mit wem du zusammenarbeitest, weil du machst nur Videos, wo du auch voll hinter stehst. Das heißt, du hast eine Verantwortung deiner Community, deinen Abonnenten gegenüber und die nimmst du wahr, indem du sagst, ich drehe nur Videos mit Werbepartnern, wo ich voll hinter stehe. Ja, das ist natürlich, dieses ganze Werbung, Werbethema bei YouTube ist eigentlich immer so ein totales No-Go. Ich verstehe nicht, warum, wieso da nicht mehr Leute einfach so offen darüber kommunizieren, weil ich versuche, das auch in meinen Videos so möglichst transparent irgendwie darzustellen. Manchmal gibt es große Projekte, das kann man sich von Außen schwer vorstellen. Da gibt es Videodrehs, da zahle ich 10.000 Euro, um ein Video umzusetzen. Wahnsinn. Und natürlich ist es nicht realisierbar, wenn ich einfach nur immer aus meiner Tasche das Ganze finanziere, weil dann ist es ein Neugeschäft. Dann hätte ich auch Student weiter sein können und das Ganze würde sich nicht tragen. Deswegen versucht man da natürlich mit Kooperationspartnern so irgendwie was einzugehen, dass man, dass ich das alles bestmöglich handige. Das kennt meine, das kennt meine, Uwe ruft an. Uwe, ja. Mensch, Uwe. Uwe, wir drehen gerade. Ich habe wieder vergessen, das Handy auszumachen. Kann ich dir gleich zurückrufen? Witzig. Sechs einhalb Stunden später. Also mit Werbepartnern, dann ist es halt manchmal so, dass man natürlich sich darum kümmern muss, auch selber darum kümmern muss, dass sich die Videos tragen, auch finanziell. Und da kann man sich natürlich Werbepartner, wenn man das Ganze schon ein bisschen länger macht, auch teilweise aussuchen. So, man kann dann sagen, man möchte zum Beispiel für Handyhüllen lieber Werbung machen als für einen Deodorant oder für irgendwie, keine Ahnung, aber es gibt auch YouTube-Kanäle, die machen wirklich über alles Werbung und da habe ich halt einfach keine Lust drauf, weil für mich ist es wichtig, dass wenn ich Werbung mache, es so eine Werbung ist, die ich auch einem Kumpel sagen würde, einem guten Freund von mir. So, guck mal, das ist ein Juice Booster zum Beispiel, klasse Sache, sparst du 10% oder 5% über den Link oder irgendwelche Handyhüllen, 10% sparst du da. So, die Sachen braucht man sowieso, wenn man sich für die Themen interessiert, worüber ich Videos mache. Deswegen versuche ich da sehr transparent. Und man muss ja Geld verdienen, denn von Luft und Liebe kann keiner leben. Und das ist eben euer Job, euer Daily Business. Aber so halten wir das hier auch. Also ich verkaufe auch nichts, wo ich nicht 100% hinterstehe. Die Keramikbeschichtung oder egal, was wir machen, es gibt noch ganz viele andere Dinge, die könnte ich verkaufen. Stehe ich aber von der Qualität nicht hinter, fasse ich nicht an. Finde ich gut. Finde ich richtig stark. Das merkt man aber auch, das ist wie so ein roter Faden hier über den ganzen Hof. Ja, Wahnsinn, wie viele Teslas mittlerweile hier stehen. Ich weiß nicht, wie viele wir diese Woche hier haben, aber 25%, 30%, 35% manchmal. Es ist wirklich Wahnsinn. Die kommen wirklich aus ganz Deutschland mittlerweile. Seht ihr ja hier auch, einer frisch Keramik versiegelt, der andere gerade frisch verunfallt, der repariert werden muss. Wie lange dauert es, wenn so ein Auto hier so reinkommt, dass es dann wieder wie neu aussieht? Das kommt tatsächlich darauf an, welche Teile kaputt sind. Wenn wir alle Teile vorrätig hätten für den eine Woche. Eine Woche. Ja, aber die Problematik ist die Teileversorgung zurzeit, so wie mit allen Rohstoffen. Selbst Tesla hat eben auch Lieferprobleme. Also teilweise warten wir auf Teile bis zu drei, vier Wochen. Das heißt, wenn das Auto fahrbereit ist oder wir machen den wieder fahrbereit, dass der Kunde erstmal fahren kann und dann bestellen wir die Teile. Und wenn die Teile da sind, dann machen wir einen Termin und dann ist das Auto in der Regel innerhalb von einer Woche wieder fahrbereit. Aber es ist halt so, dass hier jetzt erstmal eine Schadensaufnahme gemacht wird. Dann wird geguckt, was ist kaputt und wie sind die Teile. Nur der ist auch nicht mehr fahrbereit und den kriegen wir auch so schnell nicht fahrbereit. Also da müssen wir dann tatsächlich auf Teile warten. Genau. Im Hintergrund seht ihr so eine kleine Baustelle. Das ist unsere Auslieferungshalle. Da sind wir auch gerade bei. Aber wir haben uns gedacht, das ist noch für das Video, für das Interview eine ganz coole Location hier. Ja, mega cool. Das wird richtig stark. Also muss ich auch sagen, nehme ich mir ein bisschen Inspiration vielleicht. Wir haben ja vor drei Jahren uns kennengelernt. Dann bist du angefangen mit Tesla. Du hast schon einige coole Videos gedreht. Morgen drehen wir sogar von meinem, endlich den Carporn, wo meine Community schon so oft nachgefragt hat. Ich wusste ja nur, dass ihr kommt und ich hätte das ja im Leben nicht ansatzweise, nicht mal fünf Prozent so hingekriegt. Du hast mir gestern ein Carporn gezeigt. Da war ich wieder völlig geflasht mit Drohne und mit Fahrersehen. Und das war so genial aus. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte dich eigentlich was ganz anderes fragen. Danke erst mal fürs Lob. Das gesamte Equipment, was du immer so mit dir rum, allein mit Werbepartner sagst du, und du musst ja auch leben. Und genau das muss ja auch alles finanziert werden. Ich weiß ja, was das alles kostet. Das ist ja unsummen teilweise. Ihr müsst euch weiterbilden mit Drohnenpilot und dies und das. Das ist ja auch unfassbar viel. Was ich bei dir aber auch immer wieder raushöre ist, dass du einen starken Nachhaltigkeitsgedanken hast. Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Aber den hast du glaube ich, weil wir haben gestern gegessen. Da merkt man das. Und wenn man so redet, denkst du schon über Ressourcen und sowas nach. Und deswegen passt das mit Tesla glaube ich auch sehr gut, ne? Ziemlich stark. Also bei allem, was ich so versuche anzufassen, versuche ich so einen Kreislauf zu haben. Ich meine, es geht mal nicht anders. Man ist mal bei einer Autobahn und holt sich einen Kaffee mit einem To-Go-Becher. Und ich möchte auch gar nicht so, ich bin hier, weißt du, so das Greenwashing-Zeug, das finde ich alles nicht in Ordnung. Man muss da anpacken, wo es Unterschiede macht. Aber auf jeden Fall so Nachhaltigkeit, egal ob jetzt bei Autos, dass man einen Energiekreislauf hat. Das finde ich halt auch das Faszinierende an der Elektromobilität und die Chance natürlich. Lithium, daran muss man arbeiten, dass es immer noch Umweltprobleme hat. Natürlich, Trinkwasser wird teilweise verunreinigt. Daran muss man arbeiten. Aber dass der Kreislauf insgesamt von der Energie so aufrecht erhalten werden kann, so man stellt Energie her, Windenergie, Solarenergie, was auch immer, eine grüne Energie, die kommt über wenige Umwege quasi direkt in den Akku. Und das geht in Fortbewegungsenergie und nicht wie bei einem Verbrenner. Man braucht sowieso Energie, muss die ganze, muss das Öl erstmal, das dreckige Öl aus dem Boden holen, dann muss es aufbereitet werden, dann muss es von irgendwoher nach Rotterdam gebracht werden. Und dann sind ja... Von da aus auch wieder und so weiter. Das sind ja Abläufe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sieht auch niemand. Kriege wurden deswegen geführt. Immer noch. Und große Frage daran, wie ist dein Bekanntenkreis, dein Freundeskreis? Du bist jung, du fährst schon ein geiles Tesla Model 3. Wie sind die damit umgegangen? Haben die nicht gesagt, du und Elektromobilität oder wie war das so bei dir? Tatsächlich sehr, sehr durchwachsen. Mein ganzer Freundeskreis weiß, dass ich ein absoluter Autoliebhaber bin. Okay. Der auch immer noch bin, der sich bei einem lauten Motor direkt umdreht und weiß, wie viel Hubraum etc. der Motor hat und alles über das Auto versucht immer herauszufinden. Deswegen gucken mich bis heute viele Freunde immer noch kritisch an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein bester Freund hat letzte Woche sein Auto abgegeben und hat eine Model 3 sich geholt. Und der war vor zwei, drei Jahren noch sehr kritisch. Wirklich wahnsinnig kritisch. Ich war damals, hab schon gesagt, hier guck dir mal Tesla an und auch wegen investieren und so. Könnte interessant werden. Da meinte er so, hm, nee, hier, hm, mach ich noch nicht. Und jetzt, ein Tesla fährt dann ein Model 3, Standard Range. Ist das der, wo du erzählt hast, dass er das sogar mit den Gewinnen der Tesla Aktien realisieren konnte? Ja, wie geil. Das ist schon cool, ne? Ja. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Und mein ganzer Freundeskreis hat sich komplett umgekrempelt. Nicht, die Leute haben sich, also die Leute sind nicht durchgewechselt, sondern das Mindset ist komplett anders geworden. Irgendwann, wenn man dann ja das zehnte Mal darüber am Abend sich unterhält, dann kann es ja nicht ganz so ein Blödsinn sein, weil man dann sehr lange befreundet und dann fangen die auch an, darüber nachzudenken und letztendlich kommt wirklich jeder zum Entschluss, dass Elektromobilität wirklich die Zukunft ist. Und das Beste ist ja immer wieder fahren lassen, ne? Einfach reinsetzen, komm, wir fahren eine Runde. Ja, und nicht nur vom Nachhaltigkeitsaspekt. Ja, das wollte ich dir gerade nicht sagen, sondern von der Power. Genau, also eben gerade Drehmoment, Power und du gleitest leise dahin und haben wir gerade letztens auch wieder einen Post gesehen, auf einem Facebook-Forum, warum dämmen eigentlich so viele Teslas? Das muss man nicht tun, also bei Weitem nicht. Aber du wirst nachher sehen, das Elektromobilität ist ja leise und dann doch zusätzlich gedämmt. Das wird also noch leiser und du hast die geballte Power und trotzdem fährt dein Auto leise. Es ist eine völlig neue Art der Fortbewegung. Wir sprechen an Superchargern. Wir unterhalten uns dort mit fremden Leuten. Elektromobilität verbindet. Absolut. Im Internet wird ganz viel darüber geschrieben, gemacht und getan. Und das ist eben auch das, was ich an Tesla so toll finde, wo du sagst, wir können durch Europa fahren und du lernst da total viele neue Leute kennen. Und dann haben wir vorhin auch schon mal darüber gesprochen. Viele denken immer aus der Verbrennerfraktion, ihnen wird was weggenommen. Das weggenommen, schnell den Rüssel rein, den Benzin oder Diesel. Das muss drei Sekunden dauern. Genau, ich kann schnell weiterfahren. Und das ist im Grunde das, was gar nicht stimmt, denn du kriegst ganz viel dazu. Das wissen die eben nur nicht. Dieses leise Fahren, dieses Nachhaltigkeitsgedanken, diesen fetten Drehmoment, den du hast. Du kannst 500, 600 PS ohne Probleme für ein straßzulassendes Auto. Und das ist eben trotzdem noch bezahlbar. Und du lernst unfassbar viele Leute kennen. Es gibt mega viele Foren, Gruppen und dort sich auszutauschen, das ist eben einfach, du kriegst ganz viel dazu. Letztens war ich auch unterwegs. Meiner liegt ja nur extrem langsam, weil das eben alter S85 ist. Aber ich war noch nicht mal mit dem Essen fertig, mit dem Kaffee, da war das Auto, hätte ich schon weiterfahren können. Also ich finde, ja, ich glaube, wenn man das mal richtig selber gespürt hat und gefahren ist und das Laden auch kennengelernt hat, mega. Ja, ich liebe es durch und durch wirklich. Das ist so super, entspannt, das entschleunigt teilweise. Und dann hast du halt einfach fucking 500 PS. Ja, genau. Mich hat auch letztens jemand auf Instagram gefragt, wieso ich denn so viele Verbrenner-Autos immer teile. Also wenn ich ein Auto schön finde, dann packe ich das gerne in meine Instagram-Story. Wieso fahre ich denn überhaupt einen Tesla? Ich habe ihm auch geschrieben, ey, das muss mal aufhören, dass das immer Verbrenner gegen Elektro ist. Ja, das stimmt. Beide haben ihre Berechtigung und müssen es auch. Wir haben ja auch noch hier eben 70% Verbrenner. Davon leben wir. Ja, und es soll doch auch schöne Autos immer noch als Verbrenner geben. Die sollen auch nach 25 noch weiterfahren dürfen. Eben. Natürlich sollte man in die Richtung gehen und ich möchte auch, dass ab 25, finde es auch total klasse, dass viele Unternehmen da aussteigen. Aber besondere Autos können gerne mit einem Verbrenner noch ausgestattet werden, weil das ist ja auch die Technik, die mich begeistert. Ja. So. Und jetzt gibt es ja dann die neuen Geschichten. So von wegen Ove fängt es an, so ein 66er Mustang. Das ist stark. Sechszylinder. Raus, Technik raus und dann im Grunde genommen baut er da Elektro. Elektromotor. Finde ich wahnsinnig. Super. Es gibt so einen alten Barcars, heißt er. Das ist ein Auto aus der DDR früher. Und das ist so ein Lieferwagen. Und ein Freund von mir liebäugelt jetzt damit, Zweizylinder oder Zweizylinder, genau. Und liebäugelt jetzt, seine Tesla-Technik einzubauen mit Akku und so. Ey, wie geil muss das? Kriegt man das zugelassen? Ich weiß es nicht. Da habe ich ihn auch gefragt. Ich sagte, meinst du, dass du das mit neuen Bremsen und komplett Achsen, alles neu? Er meint, das geht. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich werde dieses Projekt begleiten und wenn das da was draus wird, dann werdet ihr das als erstes erfahren. Cool. Wäre richtig geil, wenn man auch noch zum Supercharger fahren könnte. Ja, kannst du ja dann theoretisch. Das Auto hat ja eine Fahrgestellnummer. Wenn du ein komplettes Auto nimmst, aber das ist eigentlich eine gute Frage. Wenn du ein komplettes Auto nimmst und die ganze Technik auf ein anderes Auto baut, das merkt ja der Tesla nicht, theoretisch. Er soll dann aber auch Model 3 Performance nehmen und dann schön das Display da reinpacken. Wie cool wäre das? Und wir haben uns über Tuning unterhalten. Wir machen ja auch ganz viel mit Tuning Sachen. Wir machen Facelift Umbau und ich habe jetzt, wir machen Facelift Umbau. Also Pre-Facelift Model S auf Facelift. Und jetzt kommt es. Ich habe eine Stoßstandardauftrag gegeben. Das Model S Facelift auf Plate umzubauen. Das ist geil. Es gibt das erste Foto davon. Die Stoßstange ist sehr komplex, weil die Nebelscheinwerfer passen nicht. Wir sind da noch am Basteln. Ich glaube, vor den nächsten drei Monaten wird da nichts passieren. Aber ich fand die Idee mega, jetzt immer so eine Plate Stoßstange produzieren zu lassen. Und bei den Prototypen sind wir jetzt bei. Habt ihr noch vor, genau richtig was in die Richtung zu machen? Weil Model 3 zum Beispiel, Reifer und so was könnte ja auch wahnsinnig interessant werden. Genau. Also Reifen machen wir tatsächlich schon in Zusammenarbeit mit Reifenrewer. Dort haben wir Reifensätze. Die werden wir euch auch demnächst vorstellen. Und wir haben schon darüber gesprochen. Die Wände hier werden so ein bisschen dekoriert mit zum Beispiel Carbon Sachen. Also das alles, was wir anbieten, wollen wir hier so ein bisschen mit Bilder und auch Material darstellen. Also geht klar in die Richtung. Ja, auch. Wir wollen sehr breit aufgestellt sein in der Elektromobilität. Also nicht nur Keramikbeschichtung, Unfallinstandsetzung, Lackierung, sondern eben auch Tuning, Veredelung. Und das soll schon passieren. Cool. Jo, also wir sind an deinem Auto jetzt mal dabei. Schön, dass du da bist. Schaut mal auf seinen Kanal vorbei. Schaut mal, wenn ihr den Jonah nicht kennt, aber ich glaube, ihr kennt den. Schaut mal vorbei. Coole Videos. Dankeschön. So, seht zu. Bis dahin. Euch eine gute Zeit. Abonnieren. Und was sagen immer? Abonnieren. Abonnieren. Genau. Abonnieren und Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gerne auch in die Kommentare, was wir nächstes Mal besser machen sollen. Bleibt gesund. Eine unfallfreie Fahrt. Und wenn nicht, kennt ihr den Kollisionsspezialisten. Seht zu. Bis dann. Ciao. Ciao.